Bulle Benjamin ist ein echtes Prachtstück. Das stattliche Limousinrind des Zuchtbetriebs Kohlmann aus Buchenau ist beim Fleischrindertag in Alsfeld zum Hessen-Champion gekürt worden. Das heißt, Benjamin ist der beste Bulle aller Rassen in ganz Hessen. Dreimal war er außerdem Landessieger seiner Rasse. Die Vorzüge des 5,5 Jahre alten Tieres erklärt der stolze Züchter Stefan Kohlmann so. Er ist so harmonisch und überzeugend, dass er überall, wo er hinkommt, die Schau gewinnt. 1350 Kilogramm bringt Benjamin auf die Waage. Er vertilgt täglich etwa 40 Kilo Heu, Gras und Mais-Silage. Seinen Stall darf der stattliche Bulle gleich mit einer ganzen Herde Damen teilen. Fast 300 Rinder haben die Kohlmanns insgesamt. Darunter vier Zuchtbullen und etwa 90 Mutterkühe. Die männlichen Jungtiere werden zur Hälfte für die Zucht eingesetzt, die andere Hälfte dient als Fleischlieferanten. Neben Bulle Benjamin stehen auf dem Hof Kohlmann weitere Champions, wie Edgar. Edgar ist zurzeit amtierender Bundessieger seiner Rasse. Und am Fleischrindertag war er hinter Benjamin am zweiten Platz. Oder Spitzenkuhn Niki, ebenfalls amtierende Landessiegerin. Kein Wunder, dass auch der Nachwuchs ganz besonders hübsch anzusehen ist. Luther, der Technik, der Technik, der Technik, der Technik hungert. Vielen Dank.